Ich habe Angst, wenn ich nicht genug glaube. Fürchte dich nicht, Schwester. Ich habe den perfekten Bibelfers für dich herausgesucht. Und diese Botschaft, diese Geschichte, die ich dir jetzt vorlesen werde, ist so powerful. Am Ende, du wirst sagen, wow, mindblowing. Für was der Herr für jeden einzelnen von uns Kinder tut, weil er uns so sehr liebt. Am besten, wir legen gleich los. Aber bevor wir loslegen, bitte den Heiligen Geist, dass er unseren Herzen empfänglich macht. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich lese aus dem Alten Testament, ja richtig, aus dem Alten Testament der Bibel, 2. Könige, Kapitel 20. Damals war Hiskir totkrank geworden, und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, besuchte ihn. Er brachte ihm folgende Botschaft. So spricht der Herr, bring deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Du wirst nicht mehr von dieser Krankheit genesen. Da drehte er sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Denk doch daran, Herr, wie ich dir immer vom ganzen Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude machte. Und Hiskir weinte bitterlich. Daraufhin erhielt Jesaja folgende Botschaft des Herrn, noch bevor er den Hof verlassen hatte. Geh noch einmal zurück zu Hiskir, dem Fürsten meines Volkes. Sag ihm, so spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. In drei Tagen wirst du in das Haus des Herrn gehen. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich, dein Stadt, vor dem König von Assyrien retten. Das tue ich um meine Ehre willen und meinem Diener David zuliebe. Dann ordnete Jesaja an, holt einen Feigenkuchen. Sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür, und Hiskir wurde wieder gesund. Hiskir hatte Jesaja gefragt, welches Zeichen wird mir der Herr geben, dass er mich heilen wird und ich in drei Tagen zum Haus des Herrn gehen kann. Jesaja antwortete, der Herr gibt dir folgendes Zeichen als Beweis dafür, dass er sein Versprechen halten wird. Möchtest du, dass der Schatten der Sonnenuhr zehn Striche vorwärts oder zehn Striche rückwärts wandern soll? Der Schatten geht immer vorwärts, sagte Hiskir. Lass ihn zehn Striche rückwärts gehen. Jesaja bat den Herrn darum, und dieser ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche rückwärts gehen. Wow! Wow, hast du das verstanden, was der Herr gerade für Hiskir getan hat, damit er an ihn glaubt? Weil sein Glaube nicht genug war, wie du dich so fühlst. Er hat einfach zehn Stunden zurückgesetzt. Zehn Stunden. Nur für ihn. Überleg dir das mal. Das ist so mindblowing. Einfach wow. Das ist richtig krass. Ich habe kaum Worte. Der Herr ist so gut. Der Herr ist so gut. Ich bin dir so dankbar, Herr. Ich habe noch abschließende Worte für dich, Schwester. Schau mal. Als Hiskir zu dem Herrn gebetet hatte und bitterlich geweint hatte, hat der Herr sein Gebet erhört. Er hat ihn weinen sehen. Und das tut er bei dir auch. Er erhört deine Gebete. Er sieht dich weinen. Er sieht dich leiden. Er sieht dich, wenn du fröhlich bist. Er sieht dich. Er ist immer da. Er lebt in uns. Denn wir sind sein Tempel. Er wendet sich niemals von uns ab. Er hat das versprochen. Er kämpft sogar deine Kämpfe. Er liebt dich so sehr. Mich so sehr. Dich. Euch alle so sehr. Dass er als Mensch auf die Welt kam. Und sich für uns geopfert hat. Weil er uns so sehr liebt. So sehr liebe ich dich auch, Schwester. Dass ich dieses Video für dich mache. Und ich würde sogar tausend Videos für dich machen. Damit es dir gut geht. Ich bete für dich, Schwester. Und ich wünsche dir Gottes Segen für dich und deine Familie. Wir sehen uns.